Zum Aufbruch, Sarge. Ich weiß nicht, Johnson. Ich hab ein komisches Gefühl bei der Sache. Okay, Sarge. Bleib immer schön hinter mir. Wir schaukeln die Kiste schon, okay? Nun komm schon. Komm. Unogst ist gehörnlos. Unogst ist Geschmack. Unogst Qualität. Gutes nach Art des Hauses. Die heiße Tasse von Unogst. Unogst. Gutes nach Art des Hauses. Unogst. Was denkst du? Ich möchte zahlen. Und wie? Mit meiner Visa-Karte. Wenn die Erkältung sie eiskalt erwischt, hilft jetzt der Kontakt-Erkältungstrunk. Wirksam wärmt er Erkältungsbeschwerden weg. Bei Erkältung wärmstens zu empfehlen. Neu. Kontakt-Erkältungstrunk. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dein Arzt oder Apotheker glaubten Sie irgleichen Sie darauf, Ich habe Sie verlassen. Äh, Doktor? Äh, meine Schwester? Darf ich Sie etwas fragen? Nein. Wie finden Sie mich als Frau? Ist sie nicht auch verheiratet? Ja, eben. Essen ist fertig. Tolle Tomatensauce. Schmeckt echt frisch. Wie beim Italiener. Kannst dich ruhig mal bedanken, dass wir so gut gekocht haben. Ja. Essen mit Lust und Liebe. Hallo, hier ist Erika Berger. Erotik, Sie und ich sind wir nicht ein idealer, flotter Dreier. Ich lade Sie dazu ein. Wann? Mittwochabend. 120 Stunden Tennis total. Täglich ab 1 Uhr nachts live aus Melbourne, die Australian Open 92. Die Australian Open 92, natürlich nur bei RTL Plus. Die Australian Open 92, natürlich nur bei RTL Plus. Der J cooperns. Die Abellion. Ja. Ich lade Sie. Die Abellion. Die Abellion. Ich lade Sie. Ich lade Sie. Vielen Dank.